moin leute und willkommen zurück zu dead by daylight so wir sind heute mal wieder eine runde an dbd unterwegs wir haben schon ewig nicht mehr gespielt deshalb sind wir auch schön auf rang 18 runter heute mit tsar und sille sind wir unterwegs und dann würde ich sagen sehen wir uns gleich in game bis gleich ich weiß nicht die pahle ruse ich bin obsession ohne obsession das auch hier aber nur auf dem server jetzt nicht im voice chat ok um skillshakes das ist hier und so was ohne terrorradius hab ihn mal aufweckt hoch der kommt zu mir hilfe totem gefunden 1 der klettert da ja ruhig soll der rennt mir wirklich hinterher hallo so nicht da von wo ich gekommen bin totem weg gemacht das dürfte jetzt also nicht mehr leuchten wenn der angeht der kommt mir immer noch hinterher hat er erstmal schön durchs fenster ja auch sehr frech ich sehe übrigens auch nicht wo ihr seid hat er er blindung drauf genau so aus hier dieser hier ist ja groß fest aber der stoppen kann ja er noch der ach michael nein groß fest erst ja ohne terrorradius die man dann schön aufwecken sieht ihr mich denn wenigstens also erst hier noch er verfolgt hier und die mannen richtung check und jetzt sehe ich euch was verziehen so ich glaube einer kann stehen bleiben und beide gleichzeitig an perfekt der kommt im keller wird er mich hier was ist denn das gelbe da jetzt rechts ist das kommt jetzt immer egal ob der radios oder nicht und jemand wird verfolgt oder ich aber ich habe ihn enttarnt ich glaube zwar hat abjagen er bleibt nicht mehr bei mir er geht er geht kämpfen also was dann sucht deren generale gemacht ja und aktiv durchgeatmet wo ist denn der nächste schon voll der kommt jetzt mal hinter dem killer lang folgen er verfolgt wirklich den immer mal den jen vorm der ist weit weit genug weg von unserem da ist das kleine boot noch dazwischen also der ist faktisch gesehen sehr klug glaube ich ich habe auch praktisch sehr klug das bei das habe ich nicht klug aber ist egal hinter dir im shack ist und totem neben der palette so müssen wir die totems weg machen soll ich da hinlaufen wenn wir hier fertig sind würde ich sagen jetzt bist du schon unterwegs was weg ist es weg so das wäre dann das dritte totem oder keine ahnung weil nicht leuchtende einleuchtende der kommt richtung check jetzt klar ich glaube nicht ich habe ihnen entkalt enttarnt hatte mich ignoriert ja ich bin ja one shot hier und wie wieso konnte ich da jetzt nicht durch hat der hier fenster zu ne ich komme im keller ich kann das nicht ich komme im keller das heißt wir haben hier schon alles weg gemacht ich bin ja auf dem schiff ist noch ein totem oben wieso gehst du ins schiff ich bin im keller und keine lassen alle sind auf dem schiff macht er gerade weg der jammert müssen dann alles sein wer ist so der würde mich jetzt bestimmt ist aber tut kann man soll soll vielleicht auch ein verpasst und gewandelt werden nächstes doch jetzt hier ach so dass er nicht das schulter bringen ja wie er getunnelt hat kannst du dich dazwischen schmeißen hat das schon hat er kommt mal aufs boot oben hoch wir können dich heilen und da kannst du einen gendern gleich mitmachen ja er hat sich aber unsicht beinahe ich meine meine graffiti der da hinten rum rennt mit seiner leuchte aber er da rennt ja zart zwischen uns ich muss zarentet genau zu mir da rennt ihr genau hinterher ja ich bin genau unter dir zwar oder killer kommt ich muss erst mal genesen wo ist denn der killer hier der läuft da immer noch rum ja toll ich bin in die nau reine laufen er hat vorbei gehauen wo ist mir die palette nach der falsche seite habe ich mir falsch gemerkt ich bin jetzt tot ja erst du ich bin jetzt also neben dem check der eine gender müsste auch so knapp unter der hälfte fertig gewesen sein ich wurde geopfert ihr schweine da warum läuft ihr schwein kann denn nicht weil das sich hinter der wand versteckt hat er ist auch nicht aufgeladen doch da war uns nicht klar da war auch noch eine palette laufe richtung bot macht den jenner es machte wort ja da auf dem boot ist doch nichts mehr zu tun das große boot mir doch pumpert egal ich laufe auf jeden fall darum dann wissen wir ja jetzt ausgang das wieder kacke ich laufe jetzt dahin wo kein ausgang ist der rennt durchs boot schiff gedöhnt durch große ding der patrouilliert am schiff also wenn du hast du den ausgang nach vorne aufmachst du solltest ihn komplett aufmachen ja mit bauro kannst ja vielleicht noch retten und ein tanker ist jetzt vor mir er geht jetzt auch die andere fängt jetzt mit dem tor er kommt dir entgegen ich glaube er hatte ich nicht gesehen hat mich weggejagt ein jetzt sieht er da hinten die spur jetzt kommt er zurück der hat das tor aufgemacht rennt jetzt richtung haken er wird auch noch sterben von der anderen seite kommen junge von der anderen seite kommen wo sind der klar das junge jetzt jetzt nicht mehr schafft er nicht mehr aber er opfert sich noch fast nicht mal bt hat er auch nicht aber er hat seinen er hat den abfahren perk noch bringt ihm nichts er bringt die nix nicht die 5000 fürs rausrennen werden besser gewesen und er hat aber schnell krabbeln also er schafft das bestimmt noch auszukrabbeln doch der ist ja schon am ausgang hat der killer hört ihn jetzt bestimmt hört die nicht der andere ist raus hat er doch gehört der killer ich wollte gerade sagen der hat schnell krabbeln das stimmt der der erste anrucke hat ihn ja nichts gebracht war ja direkt da und nicht schlagen oder nicht schlechte schlecht die luke bitte sterb leg dich einfach drauf der andere wird ihn auch kämpfen er trifft aber die skill checks auch wie so ein profil er trifft die halt auch alle er spielt er ist konsolenspieler halt noch ein bisschen schwieriger ja es wird knapp mit dem antitus so jetzt stirbt er noch nicht jetzt jetzt bin ich ja gespannt klick 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 wer denn genau in dem moment wenn sie aufgeht bist du tot naja so nicht mal punkte macht hier junge 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 clever auch konsole junge junge jung 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 jung